Warum können Prinz William und Prinz Harry das Kriegsbeil nicht begraben? Der Royal-Biograf Robert Lacey kennt den wahren Grund. Es ist kein Geheimnis, dass Prinz Harry, 39, und Prinz William, 41, schon länger nicht mehr gut aufeinander zu sprechen sind. Besonders wegen Harrys Ehefrau Meghan, 42, soll es immer wieder Streitereien gegeben haben. Doch ein Insider weiß, zwischen den Brüdern hat es schon in jungen Jahren heftig gekracht. Und so richtig konnten die beiden das Drama nie überwinden. Es gab schon damals Zoff. Der Royal-Biograf Robert Lacey weiß, dass es schon damals Spannungen zwischen den beiden gab. Meghan war nicht der ursprüngliche Faktor bei Prinz Harrys Entscheidung. Seine Familie zurückzulassen, schreibt er in Battle of Brothers. Harry soll wütend darüber gewesen sein, immer die Schuld für alles in die Schuhe geschoben bekommen zu haben, während William ungeschoren davon kam. Harry sorgte damals nicht nur durch Cannabiskonsum für Aufsehen, sondern auch durch seine Nazioniform auf einer Kostümparty. Es kam zu einem öffentlichen Skandal. Dadurch fühlte sich Harry entfremdet. Freunde erinnern sich an einen ziemlich ernsten Streit zwischen den Brüdern zu dieser Zeit, wie es ihn auch nach der Drogenschande von 2002 gegeben hatte, als Harry zum ersten Mal erkannte, welchen Preis er dafür zahlen musste, den Sündenburg zu spielen. Autorin und Journalistin Katie Nickel ist sich sicher, Harry ärgerte sich über die Tatsache, dass William so glimpflich davon gekommen war. Und auch Lacey kann da nur zustimmen. Über die Jahre habe man William in die Rolle des perfekten, älteren Bruders drängen wollen, während Harry nur dazu da war, die Menschen zum Lachen oder zum Klagen zu bringen. Und genau das sei von Anfang an das grundlegende Problem zwischen den beiden gewesen.